Nun möchte ich Sie aber nicht länger auf die Folter spannen, bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und möchte jetzt zum Rollout angreifen und dem Pico-Modell der Gartenbahn Dampfloppea24 ein erfolgreiches Leben wünschen und dass es vielen Menschen freude bereitet. Zunächst kommt, glaube ich, das Original an die Gefahr. So, das Original der BR24 kommt jetzt aus dem Lockschuppenraum. Und auf der Pufferbohle steht schon das Pico-G-Modell der BR24, welches heute erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Musik 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 Musik